Norddeutschland Da geht's! Musik 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 Also, wir sind auf die Gere, aber ich sage Ihnen, dass es hier nicht möglich ist, es gibt keine Reise, es ist zu großartig, und ich kann nicht einfach auf die Gere. Ich gehe schon so wie möglich, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links. Ich hoffe, dass hier keine Zmeer gibt. Aber es ist sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Hier sind wir. Hier sind wir. Wir sind dort. Wir sind dort. Wir sind dort. Es ist sehr cool. Ich wollte es lange lange. Heute ist ein sehr guter Tag. Es ist cool. Hallo. Mein Name ist Siranush. Ich wollte einfach zeigen, dass ich Armen mit meinen Augen zeigen will. Es ist nicht das letzte Video, das ich von Armen schreibe habe. Ich habe es einfach zu verabschiedet. Ich habe es zu lange. Ich war in verschiedenen verschiedenen Bereichen. Und das, was Sie jetzt sehen, es war nur ein Tag. Es war nur ein Tag. Ich wollte jeden Tag. Ich wollte mich irgendwie zu verabschieden. Ich kam zu meiner Frau und meine Frau. Es war nur zwei Wochen. Es war nur zwei Wochen. In Armenien sehr viel Spaß. Es ist viel zu finden. Es war immer so viel. Ich habe nicht gesagt, dass ich meine Frau und meine Frau kommen will. Wir haben gesagt, dass es so ein surprise ist. Es war sehr cool. 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 Es ist schon ein Tag. Es war sehr cool. Es war sehr cool. Es war so ein Tag. 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 Es war so viel. Es war also eineetiere Szene. Ich habe gesagt, dass wir uns irgendwann einmal nachher kommen müssen, um die Höhe zu kommen, um zu sehen, um die Höhe zu erkennen, um die Höhe zu sehen, um die Höhe zu sehen. Und eigentlich ist der процесс, der mir sehr нравится. Ich habe noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, der übernösen Infarkt hatte, das auch mein Freund, das war, mein Junge. Und wir sind mit ihm in den hohen. Ich habe einfach nur gegründet. Ich habe mir schlecht, weil ich mich nicht so gut bin, weil dieser Mensch noch ein bisschen ist. Er ist ein junger Mensch, der sich in den Infarkt hat und er hat so gut gegründet. Das hat mich so gegründet. Ich habe mir schon gegründet, nichts zu sagen. Wir sind bis zum Schluss. Natürlich, der Bild war sehr großartig, ich habe das alles gesehen, ich habe meine Emotionen in den Moment geschnitten. Ja, der Tag war sehr entschuldigt und ich erinnere mich. Ich will nicht viel sagen, aber es ist noch interessant. Ja, und in dem Zeitpunkt habe ich nicht so viele Videos gemacht, weil ich nicht wollte, ich kann etwas anderes sagen und sagen. Und jetzt wird es noch eine neue Situation. Ich bin schon in Москве, ich bin glücklich. Ich bin glücklich und weiter wird noch viel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.